Was sind Bitcoins? Überall spricht man von Bitcoins. Es soll eine neue Währung sein. Kann ich die auch haben? Was sind die Vorteile und die Nachteile? Kann ich mir damit eine Pizza kaufen? In diesem kurzen Video werden wir euch die Bitcoins grob zu erklären versuchen. Idee und Geschichte des Bitcoin Im Jahr 2008, unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto, wurden Vorschläge zu einer neuen Form von Geld an eine Mailing-Liste verteilt. Bis heute weiss man nicht, ob sich hinter Satoshi Nakamoto eine oder eine ganze Gruppe von Personen verbirgt. Die Idee war, eine Währung ohne Zugriff von Staaten und Banken zu entwickeln. Diese Währung wurde als elektronisches Zahlungssystem, das auf einem kryptografischen Beweis statt auf Vertrauen basiert, bezeichnet. Es sollte also eine Währung ohne Mittelsmann sein. Im Jahr 2009 wurde diese Idee in die Tat umgesetzt. Mt. Gox war der erste Online-Handelsplatz für die neue Kryptowährung. Angefangen hat Mt. Gox als Online-Tausch-Pörse für Magic-Spielkarten. Nach dem Verkauf der Seite wurde diese zum Bitcoin-Handel umgewandelt. Roger Verr, der bereits durch den Verkauf von Ebay im Jahr 2007 Aufmerksamkeit erhielt, stieg 2011 in das Bitcoin-Geschäft ein und wurde einer der ersten Bitcoin-Millionäre. Er ist bis heute einer der grössten Mining-Produzenten der Welt. Zwischen 2012 und 2013 stieg die Zahl der Bitcoin-Teilnehmer enorm an, was wohl vor allem mit der Euro-Krise zusammenhängt. Von 10'000 Nutzer pro Monat stieg die Zahl plötzlich auf 20'000 Nutzer pro Tag. Trotz dieses Erfolgs meldete Mark Carpeles, der Käufer von Mt. Gox, im Jahre 2014 Insolvenz für die Online-Börse an. Dadurch verschwanden viele Bitcoins. Viele misstrauten Mark Carpeles. Es beginnen sich neue Ideen zu entwickeln. In Japan werden 2014 erstmals Gesetze für Digitalwährungen festgelegt. Mit dieser Rechtssicherheit steigen Banken und Unternehmen ein. Heute sind Kryptowährungen so populär wie nie. Viele Spekulanten entdeckten in den Jahren 2016 und 2017 Bitcoin und stiegen ins Geschäft ein. So gab es 2017 einen enormen Höhenflug. Im Jahre 2018 erfuhr die Währung wieder grosse Wertverluste. Zum besseren Verständnis der Währung und deren Probleme wird nun noch die Blockchain und das Mining erklärt. Wenden wir uns der Blockchain zu, auf welcher Bitcoin basiert. Die Blockchain ist ein dezentral geführtes und offenes Buchführungssystem. Dezentral meint, dass die Informationen an sehr vielen Orten gleichzeitig gespeichert sind und nicht wie bei herkömmlichen Systemen auf einem zentralen Server und einem Backup-Server. Mit offen ist gemeint, dass jede Person Teil dieses Buchungssystems sein kann und deren Inhalt einsehen kann. Die Blockchain von Bitcoin ist 144,5 GB gross. Machen wir ein Beispiel. Person A hat 10 Bitcoin und überweist 5 Bitcoin an Person B. Die Teilnehmer der Blockchain überprüfen nun diese Transaktion. Wenn Person A über genügend Guthaben verfügt und sich die Mehrheit der Nutzer darüber einig ist, dass dem so ist, wird die Transaktion für gültig erklärt und in die Blockchain eingetragen. Person B kann dann beispielsweise 3 Bitcoin an Person C überweisen. Auch dies ergibt nach der Prüfung der Transaktion durch die Nutzer einen Eintrag in der Blockchain. Jetzt möchte Person A Bitcoin an Person C überweisen. Bei der Prüfung durch die anderen Nutzer wird diese Transaktion abgelehnt, weil Person A nur noch über 5 Bitcoin verfügt. Wie bereits erwähnt, kann jede Person, die möchte, ein Teil dieses Buchführungssystems sein. Diesen Personen sagt man Miner. Das sogenannte Minering funktioniert wie folgt. Die Transaktionen werden in Blöcke gegliedert. Um einen solchen Block abzuschliessen, gibt es eine Rechenaufgabe, welche von den Minern gelöst werden muss. Der Miner oder die Minerin, welche diese zuerst gelöst hat, verschlüsselt den Block anschliessend und fügt diesen an den vorhergehenden Block an und das Spiel beginnt wieder von vorne. Der oder die bei der Rechenaufgabe triumphierende Minerin erhält für die erbrachte Leistung eine Prämie in Form von Bitcoins. Bei Bitcoin ist nicht jede Nutzerin und jeder Nutzer automatisch auch Miner oder Minerin. Für das Mining ist sehr viel Rechenleistung erforderlich. Es gibt Firmen, die Rechenzentren betreiben, die nur dafür da sind, diese Rechenleistung bereitzustellen. Um diese Rechenleistung bereitzustellen, ist sehr viel Energie in Form von elektrischem Strom notwendig. Dies führt dazu, dass Mining nur in Ländern mit tiefen Elektrizitätskosten gewinnbringend betrieben werden kann. Ein solcher hoher Energiebedarf bringt auch Umweltprobleme mit sich. Ob die Zukunft Bitcoin gehört und ob ihr in Zukunft eure Pizza wirklich mit Bitcoin bezahlen könnt, das wird sich zeigen. Was denkt ihr darüber?